Geht es dir so wie mir früher? Du bist ständig unter Druck, du willst ständig schneller weiterkommen, du arbeitest quasi 24 Stunden am Tag und wenn 24 Stunden am Tag nicht reichen, arbeitest du in der Nacht auch noch, nur um alles mögliche schnell fertig zu bekommen und immer, immer schneller weiterzukommen. Ich kenne das, du hast Glück, es wird nämlich so sein, dass die Welt untergeht, zwar nicht heute, aber irgendwann wird sie untergehen. Und was ich damit meine ist folgendes, du hast viel mehr Zeit, als du denkst, denn du kannst dich viel ruhiger und langsamer entwickeln, genauso wie dein Geschäft, denn irgendwann wird unsere Sonne sich aufblähen und die Erde verschlingen und dann wird sowieso alles egal sein. Also alles, was du hinterlassen wirst, wird dann nicht mehr da sein und dann ist es vollkommen egal, ob du zwei Jahre länger oder weniger lang gebraucht hast, um deine Ziele zu erreichen. Das heißt, du hast viel mehr Zeit, du kannst dich viel ruhiger entwickeln und das ist etwas, wenn mir das jemand vor 20 Jahren gesagt hätte, das hätte mir wirklich geholfen und mir sehr viel Druck genommen, wenn ich einfach bedacht hätte, oh mein Gott, ich bin 25, ich habe doch noch so viel Zeit und muss nicht mit 26 die Welt verändert haben. Das geht auch noch mit 28. Deswegen, lass dir etwas Zeit, schalte eine Spur zurück, überdenke deine Möglichkeiten und plane etwas strategischer. Wenn du dein Unternehmen oder dein Marketing weiterentwickeln willst, bitte denk an uns. Ich wünsche dir viel Erfolg.